Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Mein Name ist Antonia Langsdorf. Ich bin seit mehr als 20 Jahren als professionelle Astrologin tätig. Manche von euch kennen mich vielleicht noch von der Zeit bei RTL. Da habe ich sieben Jahre lang die Astro-Show und die Astro-Trends in der Frühsendung Punkt 7 präsentiert. Das war eine schöne Zeit, aber Horoskope kann man eigentlich nicht in unter drei Minuten abhandeln. Vor vier Jahren habe ich dann angefangen, auf meinem YouTube-Kanal regelmäßig Monatshoroskope und Astrologie-Specials zu veröffentlichen. Hier kann ich euch in aller Ausführlichkeit von den Sternen berichten und außerdem auch ganz transparent. Bei mir erfahrt ihr, was die Planeten wirklich bedeuten und wie sich ihre Kräfte in unserem Leben entfalten. Astrologie ist nämlich kein Geheimwissen. Ihr könnt es eher als Sprache betrachten. Astrologie ist die Sprache der Sterne und wenn man sie versteht, dann sagt sie einem was. Ich bin sozusagen eure Sterndolmetscherin. Aktuell findet ihr hier jeden Monat mein ausführliches Horoskop für alle zwölf Sternzeichen. Außerdem regelmäßig Specials zu wichtigen kosmischen Ereignissen mit Langzeitwirkung und Livestreams, in denen ich auf die Mondphasen eingehe und wir uns in der Community austauschen. Ihr könnt außerdem auch Einzelberatungen und astrologische Produkte bei mir erhalten. Alle Infos dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt lade ich euch ein, euch hier auf meinem Kanal umzuschauen. Die wichtigsten Themen habe ich als Playlisten für euch ein bisschen vorsortiert. Da gibt es die aktuellen Videos, dann eine Playlist mit allen meinen Planetenspecials, meine Serie Wer passt zu wem für alle zwölf Sternzeichen und vieles mehr. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wann ich neue Videos hochlade oder live streame. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Surfen und alles Gute mit den Sternen.